Haben Sie schon mal von einer Strom- oder Energiemangellage gehört? Was das ist und wie Sie sich darauf vorbereiten können, erfahren Sie jetzt. Bei einer Strom- oder Energiemangellage herrscht für eine längere Zeit ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Es wird mehr Energie benötigt, als produziert werden kann. Auch in der Schweiz kann es diesen Herbst oder Winter zu so einer Situation kommen. Denn die Schweiz muss einen großen Teil der Energie importieren, um die Nachfrage im Land zu decken. Der Import von Energie ist jedoch aufgrund wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen unsicherer geworden. Was können wir tun? Wir können unseren eigenen Energieverbrauch reduzieren. Zum Beispiel Licht nicht länger brennen lassen als nötig, mit niedrigerer Temperatur waschen oder die Heizung 1 Grad zurückstellen. So leisten wir gemeinsam einen Beitrag, um das Risiko einer Energiemangellage zu reduzieren. Und wenn es doch zu einer Energiemangellage kommt? In der Schweiz würde ein Stufenplan aktiviert, der die Energieversorgung für die wichtigsten Lebensbereiche sicherstellt. Bei Energieknappheit kommt es zuerst zu Beschränkungen bei der Nutzung energieintensiver, nicht lebensnotwendiger Stromverbraucher, wie zum Beispiel Leuchtreklamen, Rolltreppen oder Saunen. Danach erfolgen Einschränkungen bei Großverbrauchern bis hin zu zeitweisen regionalen Abschaltungen. Deshalb bitten wir alle, für so eine Situation vorzusorgen. Überlegen Sie sich, wie Sie für eine gewisse Zeit ohne Strom Ihre Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wasser, Heizung, medizinische Versorgung und weiteres sichern können. Dazu hilft Ihnen die Broschüre Kluger Rat Notvorrat. Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten der kantonalen Behörden.